Norbert Röttgen ist zu uns ins Studio gekommen von der CDU, seines Zeichens Außenpolitiker, aber natürlich auch versiert bei allen innenpolitischen Themen. Schönen guten Morgen. Einen guten Morgen. Herr Röttgen, bevor wir über die Außenpolitik sprechen, vielleicht wirklich nochmal ein Blick auf die Situation hier bei uns in Deutschland. Die Terrorgruppe Hamas hat zu weltweiten Protesten am Wochenende aufgerufen. Was erwarten Sie von den deutschen Sicherheitsbehörden? Einen konsequenten Einsatz für den Schutz des Rechts, der Sicherheit in Deutschland für alle und auch vor allen Dingen, was den Schutz unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger anbelangt. Die rechtlichen Voraussetzungen sind da und die Polizisten tun ihren Dienst und wir haben ihnen dafür zu danken, dass sie ihn tun. Davon bin ich ganz überzeugt. Dann schauen wir jetzt auf den Nahen Osten. Die Explosion des Krankenhauses, das uns jetzt schon länger beschäftigt. Welche Auswirkungen hat das möglicherweise auf den Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas? Es hat die Auswirkung, dass die Explosion war ja eher wohl in dem benachbarten Parkhaus und das Feuer hat das Krankenhaus dann ergriffen. Es wurde ja sofort von Hamas instrumentalisiert. Es wurde, wie man jetzt, das kann man sagen, die falsche Behauptung, die falsche Anklage gegen Israel als Verantwortliche aufgestellt. Und das hat dann sofort ein diplomatisches Feuer gelegt. Hat die arabischen Führer, zum Beispiel den jordanischen König, unter Druck gesetzt, unter den Bedingungen nicht mehr mit dem amerikanischen Präsidenten sich zu treffen. Es hat also torpediert den diplomatischen Prozess ganz im Sinne der Hamas. Kurzfristig oder auch langfristig? Ich glaube erst mal kurzfristig, aber immerhin diese Tage und die Stunden zählen. Und das, was jetzt kurzfristig ist, das kann wiederum langfristige Folgen haben, wenn jetzt nicht gesprochen wird miteinander. Die Israelis haben Beweise vorgelegt, was auf eine Schuld des islamischen Dschihad, die auch im Gazastreifen aktiv sind, hinweist. Wir können das hier nicht überprüfen. Eine andere Frage. Erfüllt die israelische Regierung und die Armee aus ihrer Sicht denn die humanitären Standards, auf die sich Demokraten und Demokratien ja in einem Kriegsfall eigentlich verständigt haben? Ich denke ja. Es ist für Israel und die israelische Armee eine wahnsinnig schwierige Situation, weil ja die Geiselnahme der Hamas das ganze palästinensische Volk in Gazastreifen erfasst. Sie nehmen ja die alle als Geisel, hinter der sie sich verstecken. Sie wollen ja, dass das Palästinenser getötet wird. Aber stellt man deshalb Strom ab, unterbindet die Wasserzufuhr zum Beispiel? Also das ist, ich tue mich auch schwer, jetzt einzelne Bewertungen für die Reaktion Israels abzugeben. Aber dass man in dem Ort, in der Gegend, aus dem die Terroristen operieren, für die sie ja auch Versorgung brauchen, dass man zu dieser Reaktion unmittelbar gekommen ist, kann ich verstehen. Das ist keine Dauersituation. Das heißt, eigentlich nehmen dann beide Seiten, die Palästinenser und Palästinenserinnen, die Zivilbevölkerung, ich will nicht sagen in Geiselhaft, aber es trifft das Volk. Nein, ich glaube, die Hamas nimmt die Palästinenser in Geiselhaft. Sie nimmt sie als menschliche Schutzschilde. Sie baut ihre Stellungen, sowohl Kommandostellungen wie Feuerstellungen, Unterschulen in Krankenhäusern, sie benutzt es, um das zu erzielen. Und Israel sieht sich unter dem Zwang, sich zu verteidigen, Sicherheit wiederherzustellen. Und das ist die teuflische Zwickmühle. Und die ganz, ganz schwierige, extrem schwierige Aufgabe von Israel ist, Sicherheit wiederherzustellen und gleichzeitig aus dem Drehbuch der Hamas auszusteigen. Das ist ja das Teuflische. Israel, bislang läuft noch das Drehbuch der Hamas. Immer mehr Gewalt, immer brutalere Gewalt, um alle unter Druck zu setzen. Die Arabische Straße, aber auch Israel in seiner Gegenwehr. Und was wir auch gelernt haben, dass es im Völkerrecht Regeln gibt, und zwar die besagen, zivile Opfer sind okay, wenn es eine gewisse, das klingt natürlich wahnsinnig zynisch, Verhältnismäßigkeit gibt. Kann die in so einem Krieg überhaupt gewährleistet werden? Das ist erneut die gerade beschriebene Dilemmasituation. Wenn eine, es ist alles auch schwierig rechtlich natürlich, Gaza ist ja kein Staat, aber die Hamas ist auch mehr als nur eine Terrororganisation. Wenn jetzt die kriegsführende Partei Menschen als Schutzschilder und Geiseln nimmt und gleichzeitig bedroht und schießt, dann löst diese kriegsführende Partei dieses Dilemma aus, mit dem Israel umgehen muss. Jetzt ist es so, dass es oft heißt, Israel hat ein militärisches Ziel, aber kein politisches. Und die politische Lösung wurde ja lange im Grunde auch gar nicht mehr angegangen. Also die Situation wurde im Grunde eingefroren, verwaltet, es sind viele schlimme Dinge passiert und so weiter und so fort. Was muss denn eigentlich passieren, damit es in Zukunft keine Kriege und keine Krisen mehr gibt? Die Zwei-Staaten-Lösung? Das ist für diese Region, wenn ich das sagen darf, zu viel gefragt. Keiner kann es im Moment beantworten. Was wir sehen, ist ein Scheitern von allen, der gesamten Nahost-Politik, die man sieht. Auch für Israel, die dachten, wir können das Problem abschließen im Gazastreifen und dann machen wir die Annäherung außenpolitisch mit Saudi-Arabien. Und auch im Westjordanland. Und ja, da ist wieder die Westjordanland, ist wieder eine etwas andere Lage. Aber das ist auch gescheitert. Das war auch eine Illusion, die zerborsten ist. Und jetzt sind alle Fragen wieder offen. Alle Fragen des Nahost-Konfliktes sind zurückgekehrt. Alle sind unbeantwortet. Und darum muss man, muss Israel sich jetzt verteidigen. Aber es muss aus dem Drehbuch raus. Denn das Entscheidende ist ja, selbst wenn man etwa militärischer Erfolg hätte, was sehr schwierig ist, dann, wenn man dann nicht weiß, wie geht es politisch weiter, dann nützt auch das Militärische gar nichts. Und da an dem Punkt von vollständiger Offenheit und Gewalt gleichzeitig sind wir jetzt angekommen. Dass viele Fragen offen sind, darin liegt vielleicht bei aller Vorsicht auch eine Chance. Norbert Röttgen, vielen Dank für Ihren Besuch heute. CDU-Außenpolitiker, danke Ihnen sehr. Danke Ihnen sehr.